Ja, naja, kann ja mal jetzt... Autsch, also dem wie stark er ist. Hat der sich jetzt selber angegriffen? Ach, sag, los, ich hab das aus als ein... Ich hab das strange gemacht. Cool. Ha! Ich glaub, ja, die Menschen kennengelernt, die konnte doch sowas, oder? Wenn ich mich richtig einhör... Die, 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 die... Autsch, ich 뜻spielde, die imm守ter Truppen, super. Ähm... Lass ab. Peter muss reichen. Ähm, healing alpha. So. Jetzt schirm doch endlich. Jetzt gibts doch nicht. Du kannst doch nicht mehr so viel IP haben, oder? Und wenn du dich auch noch drauf angreifst, ist gut. Oh, 558. Sehr gut. Jobe, in 94 Erfahrung, 30 Beta. Gut. Die sind auf jeden Fall nicht leicht. Die Gegner hier, das ist echt ein bissl, ähm, ja. Ich glaub, ich mach dich doch lieber mit. Mein, äh, Ding ist da. Are you just expecting me to talk by habit now? Die, die, ding. Brumms. Jetzt lassen wir nur 30 HP, ey. Alter, und das Element, halt, die nicht wahr, ne? Oh, ne, du, 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 du. Oh, yeah, geil. Kann dein Ding ist gut gebrauchen, ähm, 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 Zabol. D�, dì, 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 dì. Ja, ja, komm, mach hin, mach deine Mission. So. Bäm! hmm so okay was soll ja das mit dem machen sind wir jetzt auf einmal unser menschliches äußeres oh hey i lost you in the town of magic and the helps your family can't next turn over oh wait i think i have confused myself what the hell is that the cat says meow 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 oh hey where is the cat to death i can't get into it where am i now landed if you keep following this path you find something nice uh-huh you're welcome in this town don't let the man get you down dude was für ein man ich hier ein nee hier ist nichts anscheinend ist mir sehr suspekt das ganze hier oh man ey was sagst du are you leaving us don't you like it here ich denke nicht star lullaby inside sternen schlaflied okay was das a real guitar perfect problem soft melody we don't deal is cool alter geile scheiße was habe ich hier ist es eine ultimative waffe oder was okay ah jetzt kommt aha jetzt kommt sein ähm boss oder was ja jetzt kommt sein boss okay safe ah jetzt spricht nur noch gut i am the part of you that just wants to quit you cannot beat me because you are the one who force me into existence okay reflector became hostile oh 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 das ist so einer oh der kann auf die oh oh und nicht seinen namen lassen vorurteilen kann der reflektieren oder was ich habe das gefühlt dass er meine skills reflektieren kann ich schlape ahaha ja ne ist klar was passiert wenn ich auf dich irgendwas einsetze okay ne gut dann ist das äh alter hör doch mal auf hier oh man alter verwalter boah was ist das denn mit für ein typ ey reflektor ey oh das mit der schwester brustkraft bis jetzt ey dass er hier alter meine ganzen skills kann ne schockwaffe gamma holy moly alter verwalter ey der ist echt stark schockwaffe beta ouch booms fröntchen blase warum schüttet er mich jetzt nicht oh man oh man oh man oh man ich hab zu wenig hp hohoho ja ne übertreibst du einfach die ganze zeit man ey um zack oh alter der typ ist echt konzweckt das kann ja noch mal in meinen lassen das gibt's doch nicht ey alter verwalter gefließt aber keine pp mehr das ist nicht gut holy moly holy doly doly moly ouch 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 ich sollte vielleicht mal eben 50 pp naja das ist doch nicht das wahre hm 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 holy moly ich weiß nicht ob das auch für ihn gilt das wird und noch live und noch fritzschuss 30 pp aaaah special gold herb wie haben wir denn noch das heißt ja doch wir benutzen mal ein special gold herb glaube ich special gold herb so ok sorry der pp pk freeze gamma das ist nicht gut so shockwave weiter geht's bam 250 pp scheinbar wie viel api hat der denn bitte ach ja ne nochmal ouch oh man oh man oh man oh man oh man oh man hehehehehehe der macht schaden dann was würde eigentlich pk freeze ammg aber eben mehr schaden machen oder ne ok dann ist das pp verschwendung der deck slap ouch ähm shockwave gamma bumms er ist tot ja aaaah 38 erfahrung 35 beta zeal stone naja ok und was kriegt er jetzt dafür haben wir für erfahrung alligen jeweilige 47 ne gut disco auf den power of c live up omega disco auf den power of c zu pp Aha! Yes, baby! Yes! Oh! Die Heilige! 560 PP! Geile Scheiße, Alter. Cool, 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 cool. Geile Scheiße. Cool. Geil. Dann hat man das auch erledigt. Holy Moly. Okay. Ich würde sagen, das muss man kurz heilen. So, und dann geht es auf zur nächsten Welt. Level Store. Mal gucken, was Levels jetzt überstehen muss. Okay. Power Re-Initiated Beginning Reboot Cycle. System Reboot Successful Initial Vision Vision Initialization Successful Running AI AI Running Successfully Levels Running Weapons Systems Weapons Systems Weapons Systems Online Granting Control Das ist The Day After I Need To Stop Geek Was soll? Wo sind wir jetzt eigentlich gelandet? Warum ist es wieder ein normales Damen? Okay. Wir sind auf Geek Schiff, glaube ich, gerade. Ja. Das ist doch die Musik, auf die ich en, in, na, äh, ein Dings bekommen hab. Ein, ähm. Wie heißt ein... Neu. Ein, ähm. Uh, nicht Strike, äh. Content Trevor. Content Trevor. Geek's not doing too good at the moment. I think he went to the observation room on the starboard side. That's the right side, if you've forgotten, Lobby. Oh, don't worry about me. I just got transferred to the ship. Me and Geek go way back. Okay. Hmm. Was wird das hier alles? I don't know. Der Roboter, der ist am rumspacken. Der war doch schon an der Fall. Der Spiel ist einfach am rumspacken. Der Fungion Robot. Und der ist ja noch immer schwer oder was? Was ist doch halt der Scheiße? Na gut. Beam. Naja, geht ja noch, der Schaden Wir können uns da bloß nicht heilen, ne? Das ist das Problem Wir können uns nicht heilen Ach shit Das haben wir ein Problem Wir können uns nicht heilen Wir können uns mit Alten zahlen Das ist scheiße Naja Das ist nichts Ja, wo wir können uns, glaube ich Naja, 6-7-Spiel-Do-Sephy-Resting Ja Naja Gut Wir können uns zwar heilen, aber das funktioniert sehr viel Okay, hier ist ein Speicherfrosch Hier geht die Unikast durch den X-Rock So Was wird das hier? Die letzten Gegnern gefallen mir nicht Ich glaube, ich will die Gegner halt lieber Aller mit Inser-Dev-Knocken Ansonsten machen die mir noch Probleme Bis zum geht nicht mehr Du heile Scheiße Ich meine, was sind das hier für Viech? Oh, ist da ein Teddybär? Naja Sam-Gooks-Block-Dem-Way- игры E ... Unnature neighbors Unnature palavra Unsinn Ei Das sind inne G�gassr Ähm Du? Näh Das tut mir nicht an Das tut mir nicht an Jeho-Way-HD48 40. Gut. Haben nicht noch die... Ne, die Nanobots haben mich nicht mehr. Scheiße. Hab ich verkauft. Mist. Egal, dann hätten wir uns das teilen können. Shit. Das ist nicht so schön. Nein, gut, dass ich hier drin bin. Fiecher. Irgendwelche komischen Funken mal wieder. Kontakt den Minis. Ach, das ist auch ein Vieh aus Macher 2, nicht aufbaut. Äh, Insta-Death. 800, ey. Das hat er mit Larris hier. Oh, fuck. Also die Gegner, die sind mit denen jetzt nicht zu spaßen. Echt nicht. Das Schwierigere ist gerade hier echt ein bisschen... Dafür, dass man ihn jetzt nicht heilen kann hier. Larris. Oder nur ganz begrenzt. Mh, 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 mh. Super Olken. Hä? Äh. Äh. Ähm. Ja. 25%. PP Heilung. Na gut. Ähm. Ist das etwas? Ähm. Was soll ist das? I'm a mummy. Don't talk to me. Äh. Ja. Ah. Ah. Was ist das eine mummy? Was ist das eine mummy hier zu suchen? Warum sollte ich hier rein? Und warum ist das so, mein Fester so komisches... Irgendwas? Was ist das alles hier nur los, ey? Ich meine, na gut, das ist magical, aber... Nein, ich wollte da nicht noch mal rein. Nein, 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 nein. Geh weg. So. Geh raus. Danke. Danke. Dum 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 dum. Na komm's her. Ihr komischen Pikas Viecher. Dig di 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 di. Ja komm. Geh mal nicht auf den Keks, ja. Muss das Vieh. Ahm. Du halbkig. Ich will echt... Ich bin viel zu stark, alter. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte, meine Güte Immer mehr